Du glaubst, mich zu kennen? Ich bin ein Gartenzwerg, wie er in 25 Millionen Vororten steht. Aber wusstest du, dass ich aus Kleinasien komme, dass meine Figur auf mittelalterliche Hofnarren zurückgeht oder dass ich eine phrygische Mütze trage, die auf König Midas zurückgeht? Andere kennen die Legende um den König Midas aus der Geschichte der drei Könige oder auch das Kasperle-Theater. Die Mütze kennen wir heute auch von den Mainzelmännchen. Ich bin ein Gartenzwerg mit Migrationsgeschichte. Ich bin ein Objekt von vielen in der Sammlung Weltkultur Global Culture im Badischen Landesmuseum. All meine KollegInnen im Museum haben eine solch vielseitige und spannende Migrationsgeschichte und verweisen auf viele Geschichten, die für den Kulturaustausch stehen. Die Sammlungsausstellung Weltkultur Global Culture spricht im Unterschied zur gängigen Bezeichnung Weltkulturen von einer gemeinsamen Kultur der Menschheit. Der Grundsatz basiert auf der Tatsache, dass Menschen sich begegnen, sich etwas aneignen und dieses Fremde verwandeln. Deshalb setzen wir im Badischen Landesmuseum Objekte aus unterschiedlichen Räumen und Zeiten einander gegenüber. Wir belegen damit, dass der heutige Stand unserer Zivilisation ohne den Austausch von Menschen, Dingen, Zeichen und Waren und denkbar wäre. Bei Coding Da Vinci wollen wir genau diesen Austausch mit euch und digitaler Kultur voranbringen. Wir wollen auch im Digitalen die Hidden Layers, die verborgenen Schichten von Kultur mit euch entdecken und sichtbar machen. Welche Beziehungen und Netzwerke zu anderen Sammlungen lassen sich herstellen? Wir wollen die Sammlung Weltkultur Global Culture mit anderen Sammlungen ins Gespräch bringen, Wissen vertiefen oder damit neue Kultur schaffen. Können KI-Verfahren dabei helfen, neue Kontexte zu eröffnen? Wie können wir die Sammlung weiter verknüpfen und mit anderen Sammlungen verbinden? Zeigt uns eure Ideen!